Ja, Hintertobler. Servus. Was hab ich? Ein 9-Euro-Ticket. Ja, selbstverständlich. Aber nicht das für die Bahn, sondern fürs Auto. Das gibt's auch fürs Auto. An jeder Tankstelle. Weißt du, wie das funktioniert? Du ganz einfach, du tankst wie immer, aber du musst halt den Tankrüstel rausziehen, wenn die Anzeige exakt bei 9 Euro steht.